Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Digit's Adventure, dem Event Versunkener Vermögen und dem Schiffswrack Nummer 15. Hier gibt es keine Möglichkeit, okay, vielleicht. Finde man die Möglichkeit ein andermal, hier im Laufe des Spiels, wenn man dann ein paar Hebel umlegen kann, jetzt muss ich aber erst mal hier gucken. Komme ich bis runter, da geht's und da geht's darum, ich gehe erst mal... Das geht anscheinend... Oder auch nicht... Aha... Okay, da war doch wieder alles... So... Und dann geht's hier weiter... Und dann geht's da weiter... Und dann geht's da weiter... Gut... So... Das heißt... Ähm... Blau... Gelb... Rot... Das passt sogar direkt... Achso... Halt... Moment... Erstmal die hier... Ähm... Grün... Oh... Das passt wirklich... Jetzt aber... Hallo... Zack... Blau... Rot... Gelb... Blau... Rot... Gelb... Blau... Gelb... Gelb... Nee... Das könnte eher sein... Ich nehme mich trotzdem mal da runter... So... Das wäre zu einfach... Blau... Oben... Gelb... Unten... Grün... Das ist zu einfach... Dann haben wir... Gelb... Grün... Rot... Das wäre der... Ich befürchte mal... Der letzte Stein passt nicht... Und dann kann ich alles wieder umrollen... Grün... Blau... Gelb... Zack... Okay... Das wäre ja eher... Okay... Gut... Dann soll es das gewesen sein... Und dann bedank ich mich für's Zusehen... Lasst mir ein Like und ein Abo da... Folgt mir auch auf meinem Gaming-Kanal... Toto spielt auf YouTube und auf Twitch... Bis zur nächsten Folge... Tschüss sagt der Toto... Tschüss... Tschüss...